Hallo Reptilienfreunde, schön, dass wir wieder eingeschaltet haben. Ich bin's Ivo, da ist Woody und heute zeige ich euch wieder eine kleine Änderung an unserem Tarium. Da wir hier bald einen kleinen Waran kriegen, haben wir das Tarare mit einer kleinen Scheibe getrennt, damit wir den Waran besser an den Teich gewöhnen können und damit er sich besser an uns gewöhnen kann. Wir haben diese Seite so dekoriert, mit einem schönen neuen Haus, unserer Liane und einem Ast, aber wir haben es so hingebaut, dass er es nicht schafft, auf diesen Ast zu kommen und hier rüber zu klettern. Wir haben diese Seite vom Terrarium gewählt, damit wir ihn hier besser unter Kontrolle halten können, außerdem auch an den Teich gewöhnt und vielleicht auch schon mal ein paar Fische jagt. Weil kleine Warane am Anfang noch sehr schreckhaft sind, haben wir uns für diese Seite noch was überlegt. Wir haben uns von der Firma Prinz, die auch unseren Terrariumhimmel gemacht hat, haben wir uns etwas drucken lassen. Wir haben uns für ein sehr schönes Wassermotiv entschieden, was dann auf diese feste Plane gedruckt wurde. Und unser kleiner Waran hätte bestimmt auf dieser Seite jetzt gerade noch Angst, aber jetzt bestimmt nicht mehr. So sieht das Ganze jetzt von innen aus. Jetzt hat der Waran viel mehr Ruhe. Und so sieht es jetzt von außen aus. Das Ganze, was wir hier gebaut haben, ist auch eine Übergangsweise, denn wenn er schon groß und sich an uns gewöhnt hat, dann bauen wir das Ganze auch wieder ab. So, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like und ein Abo da. Aber erst bevor wir uns wiedersehen, ab in den Urlaub! So! So! Untertitelung. BR 2018